Ich bin Raphael Wolf, meine Familie hat ein Biobetrieb in Ried bei Kerzers und ich koche heute mit euch zusammen ein Wok. Für unsere Wok brauchen wir zum ersten Mal ein frische Peperoni. Für unsere Wok brauchen wir mal ein Putzsäbeli und ein Latle. Und wir brauchen dann noch ein Sugetteli. Und dann brauchen wir noch ein schönes, gemäckiges Fliebeli. Jetzt sind wir in unserer Koche und müssen eine kleine Öl in die Pfanne geben. Und dann ein bisschen Pulle. Jetzt haben wir das Gemüse schon gewaschen und jetzt müssen wir es noch ein wenig einschneiden. Jeffen $1. Im Sommer nehmen wir Latla und im Winter können sie noch kühlen. Noch ein bisschen Salz und Pfeffer, das gibt ein bisschen Speiz. Jetzt noch Kokosnuss. Zum Schluss kommen neue Nudeln rein. Das ist ein Raffi-Sini-Voc-Pande mit Pia Schweizer Gemüse gemacht.